Grüß euch, ich bin der Matthias von Capita und ich stelle euch jetzt das Defenders of Awesome vor, auch genannt DOA. Das DOA ist die Allzeitwaffe von Capita. Egal wo du unterwegs bist, mit dem Hybrid Camber, das es hat, ist es überall einzusetzen. Es hat eine gesinterte Base mit die Cut. Das Design ist von Corey Smith, ehemaliger Teamrider von Capita und hat schon die letzten DOA designt. Gemacht ist es im Mothership in Österreich. Vom Flex her ist es ein 5,5er Flex, also auch eher im mittleren Range. Wenn du ein Board haben willst, dass du entweder im Park fahren kannst oder auf der Piste mit einem mittleren Flex, dass er auf Eis hält und trotzdem die Vorteile hat von einem Rockerboard, dann ist es DOA ganz sicher die richtige Wahl.